Moin moin ihr bärtigen Ladies und herzlich Willkommen zurück bei Ghost in Bachel zusammen mit dem lieben, liebreizenden Herrn Baron Guten Tag Und blutigen Schlachten auf dem Dubbing-Gebiet Oder? Ja Jo Ah, Grammar Wo kam der denn her? Der war da oben Hat sich oben einer eingenistet gehabt Den sollte man ausräuchern Ein kleiner Zipfelnukler Ein Zipfler Und der Dittler Die Frau hat noch weiter gesprochen, obwohl sie gerade gestorben ist Ich bin gestorben und dafür habe ich einen Assist gekriegt Yay Ich bin gestorben und habe gar nichts gekriegt Außer die Chance es besser zu machen Ich sollte Motivationstrainer werden Das wäre rektakulär Jetzt was swarmend die denn alle hier rein? Ey, was wollten ihr hier bei uns? Bleibt gefälligst da, wo ihr hergekommen seid Ihr blödel Okay, auf dem Hof steht ein Turret Ein Tourette Boah, bei uns in der Lagerhalle sind drei Gegner unterwegs Also ich habe gedacht, drei mit Tourette Ja, mit Blei Tourette Ja Die schwallen das raus Das ist nur feierlich Oh shit, von links kommt das halbe Team Ist das Aids von links oder was? Ja Hast du nicht ein Mitten, oder? Ach komm schon, Alter So ist das nix Mal schauen, vielleicht gebe ich tatsächlich mal einen Euro für so eine dumme Waffe aus Weil mich kotzt die Waffe hier gerade im Moment so an, die ich habe Ja, mal gucken Was das drin kostet Was das kostet? Ich bin so echt Eigentlich will ich ja die Entwickler natürlich schon unterstützen Ja Auf jeden Fall, das mache ich aber denke ich auch, indem ich das Spiel hier spiele und Leuten zeige Wie gesagt, ich hatte Ich hatte ja diesen Key für Also halt Für ein paar 100% Bonus Upgrades Also hier XP und GP Aber den hatte ich Davon wusste ich allerdings nicht, dass ich den hatte Bis ich mal meine Humble Bibliothek durchgegangen bin Und gesehen habe, dass der da rumgammelt Das war dann schon ganz angenehm Gammelt ist auf Kies Bezogen auf GameKies So ein richtig schönes Wort Ja Gammeln ist eh ein schönes Wort Gammeln finde ich auch so Gammeln Neudeutsch heißt es übrigens chill Aber ich sage auch gerne Schimmeln dazu Ich schimmel mal der Wink Stimmt, das sagst du echt gern Ja Hehehe Da hat jetzt das ganze Team diesen Hyper Sprint benutzt Ey Hände Mecker ey Asi Heavy Heavy Armor Heavy Fire Support ey Aber das ist nicht die Fresse Dass die morgen noch brennt Aha Bonchi ich bin auch zum alter ich habe auch mit der para jetzt nachgeladen und es dauert ja auch immer so seine zeit schuss von dem ich irgendwie zehn verballert hatte natürlich gleich mal nach aus reflex ja das ist mir aber vorhin auch schon passiert ich gehe jetzt mal auf die andere seite sagt es ist ja auf der seite macht auch nicht wirklich spaß wir werden auch gerade wieder ziemlich weiter 5.400 zu 7900 wir werden mal wieder die sylvesternacht das hast du aber wieder charmant ausgedrückt ja es wird mal wieder eine zeit an einen guten freund freund einen brief zu schreiben nicht an gott nicht schon wieder not again und schenkt er mir gar nichts mehr zu weihnachten aber ich glaube nicht einmal an jebus das hat mich ein bisschen zerbröselt da habe ich auch einer mit der granate ja du warst doch da du konntest quasi live mit ansehen ich habe nur denn ich habe nur denn du warst glaube ich hinter mir gestanden kann das sein der kiste gestanden alter er hat doch ein volk aktiv kack spaß fühlt sich definitiv so an als ob er das hätte auch die sind da schon wieder drin und verloren nicht erfolgreich aber hoffentlich unterhaltsam bin vorletzte vor allem naja ich habe gar nicht darauf geachtet auf welchem rang ich war mal gewinnen die anderen oder sogar auf jeden fall für zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten morgen gibt es gibt es online first of all online gibt es alle ja man kommt trotz es lebe gibt es diese sinn hau rein tschüss schuss